Kommentar zur angeblichen Doktorarbeit der Angela Merkel Titel der Dissertation Untersuchung des Mechanismus von Zerfallsreaktionen mit einfachem Bindungsbruch und Berechnung ihrer Geschwindigkeitskonstanten auf der Grundlage quantenchemischer und statistischer Methoden Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Doktor eines Wissenschaftszweiges, Dr. Rernat von Angela Merkel Meine Lieben, ihr werdet sehen, diese angebliche Doktorarbeit ist überhaupt keine denn, man kann es in einem Satz zusammenfassen sie erfüllt nicht die Bedingung, die von jeder Dissertation verlangt wird nämlich eigene neue Erkenntnisse desjenigen, der diesen akademischen Grad erlangen will Und jetzt geht's los Meine Lieben, man behauptet, dass der Mann von Angela Merkel ihre Doktorarbeit geschrieben hat dass sie eine Kopie von einer Diplomarbeit ist und dass sie gar nichts damit zu tun hat Darüber habe ich lang und breit berichtet Das lassen wir heute mal ganz weg Selbst wenn dem nicht so wäre sage ich, dass die Doktorarbeit oder Dissertation von Angela Merkel überhaupt keine ist weil sie die Bedingungen einer Dissertation nicht erfüllt Aber gehen wir mal Schritt für Schritt vor Eine Dissertation oder eine Doktorarbeit oder auch Dissertationsschrift Doktorschrift Es gibt auch noch den Begriff inaugural Dissertation Naja, es ist eine Antritts- oder Einführungsdissertation ist eine wissenschaftliche Arbeit eine selbstständige wissenschaftliche Arbeit in der Erkenntnisse sind die noch nie zuvor da waren Neue empirische Erkenntnisse Seht ihr, worauf ich hinaus will zur Erlangung eines Doktorgrades an einer Universität oder einer anderen Hochschule mit Promotionsrecht Dann gibt es noch eine mündliche Prüfung Disputation Gut Je nach Fach, meine Lieben Beschäftigt sich eine Dissertation entweder theoretisch mit einem Thema oder beschreibt und interpretiert empirisch oder experimentell gewonnene Erkenntnisse Und selbst wenn ich die experimentell nicht gewonnen habe Ich muss auch rein theoretisch neue Erkenntnisse in die Dissertation einbringen Die muss eigentlich hauptsächlich daraus bestehen damit sie überhaupt anerkannt wird Und nun wollen wir einmal sehen, meine Lieben ob diese angebliche Doktorarbeit von Angela Merkel die von ihrem Mann geschrieben worden sein soll Gut, lassen wir das alles weg Ob das eine wirkliche Dissertation ist Ich sage nein und ich beantrage, dass Angela Merkel der Doktortitel aberkannt wird Also in Medias Res Vorausschicken möchte ich dass in dieser 153 Seiten langen Dissertation von Angela Merkel 145 Quellenangaben sind Ich sage, diese Dissertation besteht aus den wiedergekauten, wiederholten, abgeschriebenen Themen eben dieser 145 Dissertationen Das heißt, da ist nichts Neues von Angela Merkel drin Und wenn diese Frau am Schluss schreibt der Dissertation Ich versichere, die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt zu haben Berlin, April 1985, Angela Merkel Dann ist das ein April-Scherz Denn es stimmt in der Tat Sie hat diese Arbeit selbst verfasst Ja, sie hat sie hingeschrieben Sie hat selber alles abgeschrieben Ob sie das war oder ihr Mann, lassen wir da hingestellt Und dass keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt werden Ja, diese Hilfsmittel waren die Quellen 145 Und sie hat nichts anderes getan als die in diesen Quellen behaupteten oder gelehrten Themen wiederholt Das ist keine Dissertation Das entspricht gar nicht den Regeln Müsste sofort aberkannt werden Weil kein einziger eigener Gedanke von ihr dabei ist Und das will ich jetzt beweisen, meine Lieben Eigentlich entlarvt sie sich schon zu Beginn der Doktorarbeit Sie schreibt eine Doktorarbeit über Physik Und reicht es ein bei der Akademie der Wissenschaften der DDR Forschungsbereich Chemie Tja, meine Lieben Dazu wäre ein Chemiker nötig Zum Beispiel ihren Mann Der ja, wie wir wissen, bei der Durchsicht dieser Doktorarbeit zugegen war Andere meinen, selbst alles geschrieben zu haben Lassen wir das mal beiseite Jetzt mag es für einige langweilig werden, aber das kann ich nicht verhindern Ich fasse mich so kurz wie möglich und zitiere hier Stellen Die so geschrieben sind, als wären sie die Ideen von Frau Merkel Sie schreibt Die Theorie unimolekularer Reaktionen Befindet sich insgesamt in einem besseren Zustand Als alle anderen Gebiete der Gasphasenkinetik Und gestattet die Voraussage von Geschwindigkeitskonstanten Mit einer Genauigkeit von besser als einer halben Größenordnung Ja, aber das weiß ich schon von Bunker In seiner Monografie Das ist ja nichts Neues, oder? Schauen wir weiter Seit Mitte der 60er Jahre, schreibt sie Steht ein leistungsfähiger theoretischer Apparat zur Verfügung Ja, das ist aber der Fall mit der Theorie von Rice, Ramsperger, Kassel, Markus Also RRKM Auch nichts Neues Oder? Und sie schreibt, dass für den Prozess der intramolekularen Umwandlung Die Annahmen der Eiringschen Theorie gelten Aber das wiederum, meine Lieben Wird ja in der RRKM Theorie angenommen Das ist doch nichts Neues Und wenn sie schreibt, dass man Oder um die angegebene Genauigkeit Auch für Reaktionen mit einfachem Bindungsbruch zu erreichen War die Entwicklung verfeinerter Methoden Für die Berechnung von Hochdruck und Niederdruck Reaktionsgeschwindigkeitskonstanten erforderlich Dann weiß ich das auch von Bunker Nicht von Angela Merkel Ich suche verzweifelt Eigenes, meine Lieben Und dann schreibt sie einerseits Es fehlen experimentelle Angaben der Daten Die bei einer Berechnung der Geschwindigkeitskonstanten benötigt werden Schreibt aber andererseits, dass man die mit Hilfe von Quanten-Chemischen Näherungen Im Rahmen des Konzepts der Potential-Hyperfläche Berechnen kann Nichts Neues Ich habe mir die ganze Dissertation durchgelesen, meine Lieben Das schreibt sie in Kapitel 2 dieser Arbeit wird ein Überblick über neuere Entwicklungen Zur Berechnung von Geschwindigkeitskonstanten Thermischer unimolekularer Reaktionen mit einfachem Bindungsbruch im Rahmen statistischer Theorien gegeben Ja, die sind aber bekannt Wo ist das eigene? Und wenn sie besonderes Gewicht dabei auf die Darstellung von Methoden Zur Bestimmung von Hochdruckreaktionsgeschwindigkeitskonstanten gibt Ja, dann ist das auch nichts Neues Sie hat gesagt, sie wäre Spezialistin für Reaktorsicherheit Und hat dennoch die Menschen in Asse radioaktiv verseucht Als man sie fragte, warum sie denn das nicht verhindert hat Sagt sie, ich habe den Experten geglaubt Sie ist doch aber selber diese Expertin gewesen Zurück zur Doktorarbeit Sie schreibt Das ist interessant Bei Verfahren zur Bestimmung von Reaktionswegen auf der Potential-Hyperfläche Und die Berechnung von Schwingungsfrequenzen entlang eines solchen Weges Jetzt schreibt sie, neuere Entwicklungen auf diesem Gebiet werden im Überblick dargestellt Ja, neuere, aber nicht die ihren Sie schreibt über Beispielreaktionen Wasserstoffatomabspaltung Methylradikal und so weiter Aber das Wo ist da ihre eigene Eingabe? Ihre neue Idee? Sieht mal, ich gebe euch ein Beispiel Ich kenne einen Zahnarzt, der hat seine Doktorarbeit über Rattenzähne gemacht Nicht über menschliche Zähne Er hat über die Struktur des Rattenzahnes im Vergleich zum menschlichen eine Doktorarbeit geschrieben Und weil es sowas in der Weise nicht gab, ist es absolut eine anzuerkennende Dissertation Wenn Merkel aber schreibt oder ihr Mann Der Vergleich von experimentellen und berechneten Werten der optimalen Verweilzeiten Des Acetylens aus Methan Im Stoßwellenrohr dient dazu, Schlussfolgerungen bezüglich einer möglichen Erweiterung des vorgeschlagenen Mechanismus zu ziehen Dann ist das nicht ihre These, sondern eine altbekannte Die sie hier nur wieder kaut Wiederholt Angela Merkel ist eigentlich ein Dissertationswiederkäuer Sie schreibt, dass man unter Normalbedingungen davon ausgehen kann Dass die Dauer eines Stoßes zweier Moleküle 10 hoch minus 12, 10 hoch minus 13 Sekunden Viel kleiner als ihre mittlere freie Flugzeit ist Ja, das wissen wir bereits, das weiß ein Student im ersten Semester Physik Auch, dass sich dann für diese Berechnung von Geschwindigkeiten Zwei voneinander unabhängige Teilaufgaben ergeben Und sie labert, Entschuldigung, immer weiter Altbekanntes Und stellt sich damit selbst dar, als wäre es das ihre Da kommen riesige Formeln hier K, I, J, L, M, U, Gamma, U und so weiter Das sind Ergebnisse für die Zahl der Moleküle Die pro Zeiteinheit gestreut werden Das wissen wir aber alles Wenn wir uns mit dem Thema befassen Und auch die Relativgeschwindigkeit Bei Prozessen im Volumen Über Moleküle In ihren Anfangszuständen Sind uns bekannt Und auch, dass sie sich da nicht fixieren lassen Zunächst, ja Sondern, dass zusätzlich Über die jeweilige Verteilungsfunktion Der Translationsgeschwindigkeiten Das integriert werden muss Und dass man dann natürlich eine andere Gleichung erhält Und jetzt fängt sie an mit Integral Mein Gott, ich habe Vorabitur Bin dann weggegangen, weil Weil das Geld lockte Ich war jung und brauchte das Geld Da haben wir auch über Integral und Differential Bereits Bescheid gewusst Das brauche ich hier nicht in einer Dissertation zu lösen Als ob nun Frau Merkel diesen Begriff erfunden hätte Und sie präsentiert die Sache so Als ob das ihre Formeln wären Und das finde ich unerhört, meine Lieben Sie schreibt, für den Fall Sie ist nicht plagiatisiert Weil sie das Plagiat angegeben hat Es ist genial In 145 Quellenangaben gibt diese Frau an, wo sie das abgeschrieben hat Damit ist ja okay Hat Herr Guttenberg nicht gemacht Weil ihm diese Kaltschnäuzigkeit gefehlt hat Da stand natürlich wiederum seine Arroganz im Wege Ja, so lernt der Mensch Präsentiert sie uns Grundwissen Das regierende System Besteht aus N Atomkernen Und N Elektronen Und so weiter Mein Gott, ja, das wissen wir Dass um den Kern die Elektronen Rotieren Und das tun sie übrigens gar nicht Auch wenn das hier drin steht Das ist schon ein Fehler Wir wissen bereits auch vom Buch des Lichts Lange bevor diese Theorie dann Weitergegeben wurde Deshalb stimmt das meiste, was hier steht Sowieso nicht Dass ein Elektron sich nicht in kreisförmiger Bewegung um den Atomkern bewegt Das bursche Modell ist ein Steinzeitmodell Die Elektronen, die Teilchen um den Atomkern Der zwar sehr viel kleiner, aber auch sehr viel schwerer ist Wegen seiner Dichte Ich bin jetzt beim Buch des Lichts mal Die bewegen sich nicht um den Kern herum Sondern sie sind in einer solch hohen Bewegung per se Aufgemerkt, liebe Wissenschaftler Dass das nur so aussieht Oder nur so angenommen wird Als ob sie sich in Rotation bewegen Sie bewegen sich nur rasend schnell Wer es zu fassen vermag, der fasse es Er sei dem Buch des Lichts Die ganze Atomkerntheorie Die wurde dann auf den Kopf gestellt Aber zuerst durch das Buch des Lichts Das hat keiner erwähnt Ja, da bewegt sich gar nichts drum herum So geht es mal los Na gut, machen wir weiter mit Dieser wunderschönen Doktorarbeit Sie schreibt, dass die Aufgabe darin besteht In einem ersten Schritt Die Eigenwerte UN der Gleichung 2,16 zu bestimmen Ja? Aber das weiß ich bereits Durch die Born-Oppenheimer-Nährung Das weiß ich bereits Das haben die Herrschaften bereits erwähnt Und die stimmt übrigens so nicht Ja, ich weiß Einstein war doch genial Oder die anderen Sie haben den Kern zum Platzen gebracht Das bedeutet nicht Dass das andere nicht stimmt Ich hätte eine Reaktion mit Steinzeitmethode Indem ich also ein Teil auf ein anderes werfe Ja, und das springt dann auseinander Naja, ob das nun so eine großartige Erfindung ist Weiß ich nicht, aber bitte Aber die Born-Oppenheimer-Nährung Separation von Kern- und Elektronenbewegung Die ist eben falsch, sage ich Und sagt das Buch des Lichts Es besteht eine solche Bewegung nicht Darum stimmt die ganze Formel auch nicht Gut, bitte Wie schon Einstein sagte Es gibt kein Äther, weil wir ihn nicht brauchen Ja, denkste Und ich brauche von Frau Merkel nicht zu wissen Dass die innere Energie EVR erhalten wird Als Summe der Schwingungsenergie Wobei die Nullpunkt-Schwingungsenergie E Nicht betrachtet wird Und hinzu kommt natürlich auch noch Die Energie der inneren Rotationen Und da ist es schon falsch, meine Lieben Entschuldigt, wenn ich jetzt emotional werde Es gibt keine Rotationen Weder im Atom- noch im Atomkern Alles atmet Rotationen haben wir bei den größeren Strukturen Bei den Planeten Die wir als Rotation wahrnehmen In Wirklichkeit ist das auch nur Unendlich hohe Schwingung Und wir schwingen uns fast so hoch Keiner weiß jetzt, wovon ich rede Deshalb erfahren wir das als langsame Bewegung Gut, zurück Berechnung des Wirkungsquerschnittes Da verfolgt man die Bewegung des Kernes Und da liegen sie schon alle falsch Da würde ich sowieso schon sagen Diese Doktorarbeit entspricht eh nicht mehr Dem heutigen Wissensstand Aber bitte Ich kann keine Elektronenquantenzahl fixieren Wenn ich nicht weiß, was die machen Diese Elektronen Und ich kann auch keinen Übergangszustand erklären Hier in Teil 2, 1, 3 Der Dissertation von Frau Merkel steht Die Theorie des Übergangszustandes Wie kann ich den Übergangszustand feststellen Wenn ich den Grundzustand nicht kenne Eben, dass die Elektronen sich nicht kreisförmig Um den Kern bewegen Und dass Niels Bohr Unrecht hat So Und sie bringt hier die Eiringsche Theorie Die dann eben auch nicht stimmt Tut mir leid Aber das macht nichts Das werfe ich der Frau nicht vor Ich werfe ihr nur vor Dass sie bisher nichts eigenes Zum Besten gegeben hat Bringt großartige Formeln Ja, die sind aber nicht von dir, Angie Entschuldigung KT gleich KTB durch H Gleich Qtrans 3 Qrot 3 QVR 3N7 Durch QR Trans Q3 Rot QVR 3N A6 A Trans Qrot 3 QVR 3N B minus 6 B Und dann haben wir Qrot Beitrag der Rotationsenergie Und da geht es schon los Da kann es nicht stimmen Weil da nichts rotiert So wie beschrieben In dem Atommodell Ich, äh, meine Lieben Ich zitiere ja nur hier Verzweifelt auf der Suche nach eigenem Ich finde nichts Ich finde altbekanntes Zeugs Das schreibt sie die in diesem Abschnitt Dargelegten Grundlagen Für die Bestimmung der Geschwindigkeitskonstanten Chemische Elementarreaktionen Wurden am Beispiel biomolekulare Reaktionen Mit den Reaktanten A und B Erläutert Ja und Aber doch nicht von dir erfunden Frau Merkel Ja Sondern sie zitieren da Manchmal Zitieren sie es so Dass man annehmen soll Es von ihnen Und da kommt es Meine Lieben Wir haben in 2.2.1 Bei der Dissertation Dass es sich hier eigentlich Um eine chemische Um eine Um eine Dissertation In Chemie handelt Und da kommt natürlich wieder Ihr Mann Der Herr Professor Sauer Ins Spiel Ja Aber gut Da steht hier Als unimolekular Bezeichnet man solche Chemische Reaktionen Bei denen nur ein Molekül A Chemische Veränderungen erfährt Zum Beispiel Dissoziationen Und Isomerisierungen Und dass diese Reaktionen Meine Lieben Aus zwei Teilschritten Zusammengesetzt sind Also Übertragung von Energie Auf das Molekül A Und der eigentlichen Strukturänderung Des energiereichen Molekül A Strich Ja Das wissen wir Das weiß man Das ist nichts Neues Dann schreibt sie Die Gleichungen beschreiben Ja es sind aber doch Nicht Ihre Gleichungen Frau Merkel Ja Das ist so Als ob ich eine Doktorarbeit Schreibe Und Schreibe 1 Und 1 ist 2 Das weiß doch jeder Der sich mit dem Thema befasst Ja und dann schreibt sie Die unimolekulare Reaktion Ist also Folge Eines komplizierten Zusammenspiels Intermolekulare Energieübertragungsprozesse Und der intramolekularen Chemischen Umwandlung Wobei der Einfluss Der einzelnen Teilschritte Auf die Geschwindigkeit Der Gesamtreaktion Durch die charakteristischen Zeiten Der konkurrierenden Prozesse Bestimmt ist Die in Abhängigkeit Von den Reaktionsbedingungen Um Größenordnung Verschieden sein können Das stimmt Aber das ist doch nicht von Merkel Das ist altbekannt Ja Und wenn sie über den Niederdruckbereich schreibt Schreibt sie darüber Als ob das nun was ganz Neues wäre Aber jeder weiß Dass die unimolekulare Reaktion Ein Prozess zweiter Ordnung Ist Beziehungsweise Dass im Niederdruckbereich Dies ein Prozess zweiter Ordnung Ist Und die Geschwindigkeit Wird durch die Deaktivierungsprozesse Sowie Die Konzentration Der Moleküle M gegeben Aber da ist man Natürlich wiederum Weil Niels Bohr Eben doch nicht Das richtig beschreibt Es kommt mir vor Wie Jogi Löw Der macht auch mal Dies geht aber nicht Ach ja Aber es ist so Meine Lieben Ja Niels Bohr Das Atommodell Ist veraltet Das stimmt nicht Deshalb stimmen auch Die ganzen anderen Aussagen Meistens nicht Ich suche verzweifelt Wahrscheinlich sind alle Schon eingeschlafen Oder haben abgeschaltet Aber ich will doch auch Frau Merkel Eine Chance geben Fair sein So gut liebe Frau Merkel Wenn sie Doktor sind Bitte sehr bitte sehr Wurscht jetzt ob sie Bei der Stasi waren Oder nicht Oder IM Das ist eine andere Sache Das wollen wir jetzt mal Weglassen Aber ich entdecke Nichts eigenes Vielleicht können sie mir helfen Vielleicht kann das Bundeskanzleramt mir mal Da Hilfe geben Ansonsten sage ich Wir müssen Frau Merkel Den Doktortitel aberkennen Und Ja Wir müssen dann auch Wenn man einen Doktortitel Zu Unrecht Trägt Dann hat das Strafrechtliche Folgen Verzweifelt suche ich Nach eigenem Nach empirischem Frau Angela Merkel Ich finde nur Zitiert es Und wenn sie es nicht Zitiert hier Zitiert sie es unten In der Quellenangabe Weiß man ja da nicht Das steht doch nur da unten Ja ja Alles klar Und wieder Ich kann es nur sagen Die Aufweitung einer Bindung Hat zur Folge Dass aus mehreren Deformationsschwingungen Des Reaktanten Behinderte Und schließlich Freie Rotationen Der Produkte entstehen Rotationen Wenn die Elektronen Und die anderen Teilchen Nicht wahr Äh Sich Kreisförmig Ellipsenförmig Um den Kern Bewegen würden Was sie nicht tun Sagt das Buch Des Lichts Und es wurde auch später Wissenschaftlich bestätigt Und dann spricht sie Über Adiabatische Reaktionskanäle Ja Für Geschwindigkeitskonstanten Unimolekulare Reaktionen Aber das weiß ich wiederum Lieber Von Quack und Tro Die beiden haben darüber Schon seit langer Zeit Vor langem berichtet Verzweifelt eigenes Ich schlafe schon selber Fast ein Dabei Aber bitte Ich meine Ich will ganz fair sein Link zur Doktorarbeit Auf meiner Seite Diebewegung.com finden Die Rotationsenergie E-Rot Kann aus den jeweiligen Trägheitsmomenten Bestimmt werden Jetzt schreibt sie Vom Gesamtdrehimpuls Ich sag da ist keiner Aber bitte Gut Das ist eine andere Sache Das kann man entschuldigen Ja Ich suche eigenes Ich bin schon Bei Seite 40 Ich find nix Jetzt schreibt sie Wir haben Wer denn wir Dein Mann und du Angie In dieser Arbeit Die Falloffkurven Im Kapitel 4 Auf Grundlage Der analytischen Ausdrücke Für die Faktoren In Gleichung 2 7, 9 Bestimmt Wir haben Aber wenn wir richtig Hinschauen meine Lieben Dann geschieht das Mithilfe der tabellierten Kassel Integrale Ja Will jetzt nicht Ins Detail gehen Sagen was das ist Aber es ist auf jeden Fall Eine Sache Eine wissenschaftliche Statistik Und Erkenntnis und Tabelliert Die es bereits gibt Ja Und wenn sie hier ein Modell Adiabatische Reaktionskanäle Und so weiter Beschreibt Dann ist das nicht von ihr Ja wäre das von ihr Würde ich sagen Bravo Dissertation Nur ist es nicht von ihr Und wenn sie Näherungen erläutert Sind das nicht ihre Näherungen Wer von euch hat schon von Schrödingers Katze gehört Ich habe mal darüber berichtet Auch im Buch des Lichts Naja Jetzt will sie also hier die Schrödinger Gleichung lösen Ja Tut sie aber nicht Schrödinger zu verstehen Da bedarf es eines Genies Ja Das mal vorausgesetzt Und dann schreibt sie von welchen Funktionen was abhängt Ja Aber nicht so als ob sie es erfunden hätte Sondern das ist bekannt Dass Funktionen von den Koordinaten R1 und dem Spin abhängen Eines I10 Elektrons und so weiter und so weiter Ja Spin-Orbitale Aber diese Orbitale Nebenbei gesagt Und ich kann es nur immer wieder wiederholen Die gibt es eben nicht so Weil die Elektronen sich nicht orbital um den Kern bewegen Ja ja Und da hilft auch nicht die Erwähnung des Hamilton-Operators Also Naja Dann erzählt sie uns von einer Antisymmetrie Der Gesamtwellenfunktion bezüglich der Vertauschung zweier Elektronen Das aber meine Lieben ist das Pauli-Prinzip Ja Das ist bekannt Und unter anderem der Hartree-Fock-Ansatz Nebenbei gesagt Es handelt von genährten Wellenfunktionen Ja Und für den Erwartungswert Also des Hamilton-Operators Und die Energie, die ihn hohen Wert liefert Kann man sich, um optimale Spin-Orbitale im Rahmen des Hartree-Fock-Ansatzes zu erhalten Dieses Variationsprinzips bedienen Das stimmt Aber das ist doch nicht ihrs Sie zitiert die Zitate Sie zitiert die Quellen Das ist kaltschneuzig Die ganze Dissertation besteht genau aus den Quellen, die sie unten angegeben hat Und die kann sich dann sagen Das habe ich eigenständig gemacht Bravo They fuck with your brain Und wenn sie mir hier was erzählen will Von Einteilchen-Operatoren für kinetische und potenzielle Energie der Elektronen Ja, dann weiß ich das bereits von Monsieur Coulomb Wechselwirkung Ich suche verzweifelt was Eigenes Was Empirisches von ihr Ich möchte nochmal das Also wirklich, meinetwegen, Nobelpreisträger sich das durchlesen Wenn man nichts Eigenes findet Ist das keine Dissertation Es ist nichts Empirisches Jetzt wird es sogar ausländisch Chipper Coupled Electrum Pair Approximation CISD Configuration Interaction Single and Double Excitations Das wirkt sehr gelehrt Und guckt mal, sie kann sogar Englisch Pair Natural Orbital Configuration Interaction Polarization Configuration Interaction I'm impressed Mrs. Merkel But I can't see anything In this work In this dissertation That came out of your brain You just copied quotes Sorry, but it is like that Prove me wrong Wenn sie die Theorie des Übergangszustandes Verbindung von Reaktanten und Produkten Auf Potentialhyperfläche Beschreibt, dann ist das eben die Eiering'sche Theorie Na und? Das ist ja bekannt Und jetzt will sie uns weismachen Als ob sie Die Definition des Weges Des steilsten Abstiegs Und des wahren Reaktionswegs Gefunden hätte Und deshalb deutlich wurde Dass zu deren Bestimmung Der Sattelpunkt Zwischen Reaktant und Produktminimum Bekannt sein muss Als hätte sie es bekannt gemacht Das ist aber nicht so Und wenn sie natürlich Da könnten wir jetzt sagen Jetzt ist was eigenes Oh ja Was schreibt sie da? Gut, wir wollen immer Also Indubio Poreo Sie sagt Damit ist bereits klar Dass die klassische Verfahrungsweise Reaktionswege Ausgehend vom Minimum Durch Änderung Eines Strukturparameters Zu bestimmen Im Allgemeinen Keine Wege Minimaler Energie Liefert Ja gut Und? Ist das was Neues? Wenn ich sage Da geht's nicht lang Zum Kaufmann Oder jemand fragt mich Wo ist hier der Alexanderplatz? Na ich sag Also da links geht's nicht lang Gut Wo ist er? Und sie beschreibt Verfahren Meine Lieben Die von anderen Längst entwickelt wurden Zum Beispiel Ein Verfahren Das den Reaktionsweg Ausgehend vom Reaktant Minimum Bestimmt Und dass dieses Verfahren Voraussetzt Dass dieser in Richtung Einer Normalkoordinate Des Reaktanten Verläuft und versagt Sobald der Reaktionsweg Gekrümmt ist Aber das weiß nicht Frau Merkel Oder hat es erkannt Das wissen wir Von Pansir Oder Pansir Oder wie man will Ja? Oder und wenn Der Reaktionsweg Für eine Reaktion Ohne Sattelpunkt Bestimmt wurde Dann weiß ich das Wiederum von Rai und Trulhar Sie schreibt nur Was ist Nicht was sie Selber erkannt hat Und was sie Selber weiß Oder entdeckt hat Keine Eigenleistung Diese Doktorarbeit Ist keine Sie muss Aberkannt werden Meine Lieben Also ich suche Und suche Und suche Wahrscheinlich sind es Nur noch zwei drei Leute Hier die zuhören Es gibt nichts Es gibt nichts Was diese Frau Oder wer immer Diese Doktorarbeit Geschrieben hat Selbst für sich Erkannt hat Ja? Nichts Und ich muss es mal So radikal sagen Das ist alles Abgekupfertes Von Zimmermann Ondroschka Spangenberg Gardiner Roth Just Klotz Drost Tönnies Kaufmann Hobart Howard Bunker Robinson Holbrock Claston Leitler Quack Quack Also oft Quack Quack Und Bunker Von dem hat sie oft Abgeschrieben Benson Zülke Chowski Urban Bürger Kondratiew O'Malley Lindemann Tro Wagner Forst Waage Rabinovic Pechukas Miller Markus Eliassen Hirschfelder Ja den haben wir im Buch des Lichts auch Aber nur ohne zu widerlegen Hase Pearson Mies Weenie Nein nicht der Fußballer Sutcliffe Ach ja Ulrich Lischka Edmondson Hai Dunning Hubatsch Charsky Placid Trolla Kuppermann Pechukas Fukui Basilewski Räkinger Tachibana Quapp Heidrich Iver Schlegel Halgren Cherian Panchier Haben wir schon gehabt Hogan Mool Murukuma Yamashita Ditchfield Herzberg Yamada Wachwina Sears Whiteside Amano Bernhard Snelsen Pachanski Hirota Marinik Reharan Bauschlicher Osamura Osamura Winkley Goddard Goddard Da steht sogar A. Merkel Ja was denn 121 Berechnung von Hochdruckgeschwindigkeitskonstanten für Zerfalle und Rekombinationsreaktionen einfacher Kohlenwasserstoffmoleküle und Radikale Na schauen wir uns das mal an Das von ihr sein soll Sie zitiert sich da einmal von 145 mal selber Na da bin ich mal gespannt Also so geht es weiter 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 bis runter Zu 145 Da haben wir noch Rot Da haben wir So jetzt Jetzt haben wir Na ja da will ich mal sehen Mein lieber Mann Na da will ich mal sehen 140 Da zitiert sie sich nochmal selbst Und 145 dann Czovic Also gut Also gut In medias res In dubio poreo Frau Merkel behauptet Bei 140 Und bei 121 Dass da was von ihr wäre Nun wollen wir mal nachschauen Nun wollen wir mal nachschauen Man bedenke diese Chuzpe und Unverschämtheit meine Lieben In ihrer eigenen angeblichen Doktorarbeit Bringt diese Frau sich als Quelle an Sie zitiert sich selbst als Quelle unter 121 A. Merkel Natürlich dahinter gleich I. Börger H.J. Spangenberg Und Züllicke Berechnung von Hochdruckgeschwindigkeitskonstanten Für Zerfalls- und Rekombinationsreaktionen Einfacher Kohlenwasserstoffmoleküle Und Radikale Zur physischen Chemie Leipzig 1982 Aber genau diese Arbeit ist nicht zu finden meine Lieben Wo ist sie denn? Also hier in dieser Dissertation Die hat einen ganz anderen Titel Diese Quellenangabe 121 Hat den Titel Berechnung von Hochdruckgeschwindigkeitskonstanten Für Zerfalls- und Rekombinationsreaktionen Einfacher Kohlenwasserstoffmoleküle Und Radikale Wo ist diese Arbeit Auf die sich Frau Merkel bezieht Die angeblich unter anderem von ihr sein soll? Der Titel der Doktorarbeit ist eine andere Untersuchung des Mechanismus Von Zerfallsreaktionen Mit einfachem Bindungsbruch Und Berechnung ihrer Geschwindigkeitskonstanten Auf der Grundlage Quanten, chemischer und statistischer Methoden Die unten in der Quelle angegebene Arbeit ist nicht aufzufinden Wo ist sie? Ich kann mich doch nicht selber zitieren Und kann dann gar nicht mal die Arbeit angeben Da kann ich ja irgendetwas schreiben Jetzt gehen wir mal weiter Das nächste was sie angeht Was angeblich von ihr ist Quellenangabe 140 A. Merkel L. Zyliker Berechnung von Geschwindigkeitskonstanten Für den CH-Bindungsbruch Inmethylradikal Wo ist die Quelle? Ich finde keine Angaben dazu Das heißt sie zitiert etwas Was es gar nicht gibt Beziehungsweise was wenn man reinschauen würde Gar nicht von ihr ist Kein Nachweis Ja? Sie bringt sich selbst Als Quellenangabe eine ihre eigene Doktorarbeit Da müsste sie selber auch was gemacht haben Selber erfunden und geschrieben haben Das ist aus dieser Dissertation nicht erkennbar Und wenn sie den Nachweis nicht bringen kann Dann muss man ihr die Doktorarbeit wieder abnehmen Den Doktortitel aberkennen Und möglicherweise strafrechtliche Maßnahmen ergreifen Liebe und Licht Euer Christian P.S. meine Lieben Die Sache ist zu ernst Da muss man ins Detail gehen Also es ist schwierig Aufgrund dieser beiden Titel zu beurteilen Da ist eine Diplomarbeit und eine Dissertation Diese Quellenangaben von einer angeblichen Merkel-Arbeit Die können wir nicht bestätigen So Und das behandelt ja auch relativ unterschiedliche Themen Sind beide im Bereich Quantenchemie Theoretische Chemie angesiedelt Nun könnte man sagen In der Diplomarbeit Die ja von Herrn Sauer ist Geht es um Reaktionen Bei denen aus zwei Reaktanten ein Produkt entsteht Klingt schon sehr ähnlich In der Dissertation wird aus einem Molekül zwei Durch Zerfall Das kann aber auch nur ein Produkt sein Ich sehe in der Dissertation Nichts außer theoretische Grundlagen Referiert sehr breit den damaligen Stand der Wissenschaft Der heute auch nicht mehr richtig ist Aber das ist egal Ich sehe nichts eigenes Resümee sieben Seiten Zusammenfassende Thesen Da ist keine wissenschaftliche Eigenarbeit Auf den ersten Blick zu erkennen Und auch nicht auf den zweiten Es ist also eher Es ist nicht mal semi-empirisch Denn semi-empirisch könnte man sagen Ist ein Teilgebiet der Quantenchemie Ja Das halt neben der quantenchemischen Theorie Empirische Parameter in die Rechnung einfließen lässt Um bestimmte Integrale vernachlässigen zu können Macht natürlich den Rechenaufwand um einiges geringer Aber auch hier ist es nicht ersichtlich Außerdem wird semi-empirisch nicht mehr viel gemacht Andererseits Dichte Funktionaltheorie Das ist die neue Semi-empirisch Und da sind auch eine Menge Parameter drin Zu der Zeit Als Angela Merkel angeblich diese Dissertation gemacht hat War wohl empirisch gar nicht angefragt Nun ja Also mit dem Dr. Joachim Sauer ist sie ja verheiratet seit 1998 Dank Sagung kann man entnehmen Dass Sauer damals 85, 86 Die kritische Durchsicht von Merkels Dissertation übernommen hat Da brauchen wir nichts kritisch durchsehen Das sind ja altbekannte Sachen Die da drin stehen Ich vermute Dass Joachim Sauer diese ganze Sache geschrieben hat Denn eine Angela Merkel nicht mal abschreiben könnte sie Solche Fachbegriffe Und ob hier allerdings wissenschaftlicher Fortschritt Oder eine mögliche Linientreue Zum Staatssystem der DDR Zum Erwerb der Promotion Dieses Abgeschriebenen also geführt hat Das überlasse ich dem Hörer dieses Vortrages Und den hat sie ja sehr nett bedacht Den Dr. Sauer Nicht wahr? Also gut Da könnte man fast sagen Oniswakim Malipons Tatsache ist, dass Merkel mit ihrer Familie Und allen persönlichen Kontakten Tief verwurzelt in einem Krassen Stasi-Umfeld war Ja Die Akte ist weg Wie auch das Foto Das sie mit ihr unterstellten FDJ-Lern Vor Robert Havemanns Haus zeigt Dessen Hausarrest sie dort persönlich überwacht hat Nicht? Die hat Zugang zu den Akten gehabt Und sie persönlich weggeschafft Das ist klar Die arbeitet ja auch mit dem Gauck zusammen Und das ist ja nicht der Heilige Der uns hier vorgeführt wird Sondern ein scheinheiliger Stasi-Religionist Sage ich Ich spreche Angela Merkel Jegliche fachliche Qualitäten ab Sei es für eine Dissertation Oder jetzt hier als Kanzlöse Wir wissen ja, dass dies ja nur Wasserträger der wirklich Mächtigen sind Frau Merkel ist eine glühende Anhängerin des Kommunismus Und meine Lieben Weltkommunismus ist ja das Ziel der Bilderberger Lasst euch da nicht täuschen Ja Die Superkapitalisten wollen Weltkommunismus Versteht ihr das? Das ist die Waffe der Kapitalisten Der Kommunismus Kaum jemand versteht das Und dann will ich euch noch was sagen Zum Schluss Was Wahlen anbelangt Zwei Sätze, die mir besonders gefallen Wenn Wahlen etwas ändern würden Hätte man sie längst abgeschafft Und den anderen Satz Es spielt keine Rolle Wie gewählt wird Es kommt drauf an Wer und wie ausgezählt wird In diesem Sinne Liebe und Licht Euer Christian Das ist alles nur geklaut Das ist alles gar nicht meine Das ist alles nur geklaut Doch das weiß ich nur ganz alleine Das ist alles nur geklaut Und gestohlen, nur gezogen und gebraucht Entschuldigung, das hab ich mir erlaubt Entschuldigung, das hab ich mir erlaubt Das ist alles nur geklaut 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 Das ist alles nur geklaut